Herr Kornmeier, Pool-Anbindung, Haftungsdach oder eigene Vermögensverwaltung, ist die Lösung nicht immer extrem individuell? Das ist sie und vor allen Dingen wird es immer aus der Dienstleistung heraus gedacht, was man dem Kunden anbieten möchte und selten aus der Kundenseite, was die eigentlich benötigt. Oft ist es eine Mixtur aus allem. Man hat eine Anbindung an einen Großhandel, man hat eine Anbindung an einen Haftungsdach, aber man berät den Kunden, man kann Honorarverträge mit ihm machen, man kann mit Vermittlungsprovisionen arbeiten, man kann eben auch mit Vermögensverwaltungen arbeiten und das eine schließt das andere nie aus. Wir versuchen immer vom Kunden her zu denken, welche Dienstleistung er eigentlich benötigt. Und das hat weniger mit den eigentlichen Durchführungswegen am Schluss zu tun. Was sind aus Ihrer Sicht wirklich innovative Ansätze und Ideen zur Optimierung? Innovative Ansätze sind aus meiner Sicht immer wieder Hinterfragen des Geschäftsmodells, Hinterfragen der eigentlichen Durchführungswege, aber um ehrlich zu sein, gibt es fast alle Produkte am Markt. Die älteste ist das neueste, was jetzt gekommen ist, die letzten zehn Jahre, die neueste Produktgattung. Aber ansonsten geht es meistens darum, Zeit zu sparen, etwas rechtssicherer zu beraten und dem Kunden die optimale Dienstleistung anzubieten. Sollten Berater nicht jetzt den Weg abseits der Provision suchen, weil das Verbot früher oder später kommt? Das sollten Sie und das tun Sie auch heute schon. Immer mehr Partner wechseln auf die Vermögensverwaltung und kreieren eigene Vermögensverwaltungsmodelle oder nutzen die Honorarberatung bzw. die Servicegebühren, die immer mehr Einzug gehalten haben die letzten zehn Jahre. Ich würde sagen, dass mindestens 35 Prozent unserer stetigen Provisionseinnahmen heute schon über pauschale Entgelte stattfinden. Ich freue mich sehr, Sie auf dem Fonds-Professionell-Kongress Ende Januar in Mannheim zu sehen. Ich bin jetzt mindestens das zwanzigste Mal dabei. Ich war noch nie irgendwo anders auf keinem anderen Kongress und ich glaube, das ist auch das Branchen-Event des Jahres. Ich freue mich auf Sie. Bis bald.